Puh, Alter, war auf jeden Fall ein bisschen stressig, Leute, noch das Ganze kurz vorm Shop hier zu schaffen, weil ich hatte gerade das Starterpack-Video fertig gemacht und hochgeladen. Also es ist auf jeden Fall gerade schon ein bisschen ein Struggle gewesen, das Ganze rechtzeitig noch auf jeden Fall hierher zu schaffen. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, schaut euch auf jeden Fall das Starterpack-Video an und dann entscheidet, ob ihr euch den Starterpack kaufen möchtet oder nicht. Denn das Ganze ist noch nicht im Shop und ich habe bereits eine Möglichkeit gezeigt, wie das Ganze ohne, ja, bis das Ganze hier im Shop erscheint, geht. Also schaut gerne mal vorbei, ist mein letztes Video. Und dann würde ich auch schon sagen, Leute, was geht ab, Leute? Euer Frips ist hier und zwar heute zum neuen Shop-Video. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall heute wieder einen coolen neuen Skin bekommen. Ich bin mal mega gespannt, was wir erhalten werden, Leute. Das Ganze aktualisiert sich gerade hier im Hintergrund. Alles klar, Bruder. Wir werden uns das auf jeden Fall gleich nochmal anschauen. Wir haben hier auf jeden Fall den Bel Air Emote für 800 V-Bucks. Ich finde den übelst ekelhaft, deswegen habe ich mir den nicht gekauft und werde es auch nicht tun. Dann haben wir hier Sapphire für 800 V-Bucks, Leute. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Gleiter, den ich über, über, über hässlich finde. Dann haben wir hier die Spektralhacke für 800 V-Bucks, was absolut in Ordnung geht. Ich finde, das sieht auf jeden Fall echt schön aus, Leute. Aber ich bin nicht so der Fan von dieser Spitzhacke. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das Ganze gerne zulegen. Wir haben einen der geilsten Emotes und zwar Twist, Leute. Twist ist mega geil. Den Beat feiere ich einfach dazu und es ist immer richtig entspannt, da zum Beat zu lauschen. Dann haben wir noch hier zwei neue Charakter, dazu werden wir gleich kommen. Schauen wir uns doch erstmal die andere Seite an. Dort haben wir auf jeden Fall den bissigen Taucher bekommen für 2000 V-Bucks. An dem feiere ich einfach das Rückenaccessoire und zwar, Leute, diese schöne Haiflosse. Aber ich finde den Skin auch an sich nicht mal so schlecht. Ist auf jeden Fall provozierend und recht interessant. Dazu haben wir passend den kleinen Mampfer, den ich übelst geil finde, weil der Haifisch halt hier so hin und her wackelt und das finde ich einfach mega cool. Dazu passend haben wir auch den Gleiter Laserbeißer für 1500 V-Bucks, was auch mega cool ist. Und das ist mit dem Drachengleiter sind es die einzigsten legendären Gleiter. Finde ich auf jeden Fall cool. Dann haben wir noch auf der anderen Seite auf jeden Fall den Fade-Charakter. Grüße gehen hier auf jeden Fall nochmal raus an Samuel. Bruder, ich weiß, dass du auf jeden Fall auf den Skin so lange gewartet hast. Bruder, schlag auf jeden Fall zu. Beim Fade-Charakter finde ich einfach mega geil, dass es halt so cool gestalten ist. Und natürlich, was ich halt cool finde, ist hier das Rücken, dass es aber so mega cool lila leuchtet. Kann ich euch auf jeden Fall auch nur empfehlen. Dann haben wir hier auf jeden Fall diese Spitzhacke, die ich mir gekauft habe, weil ich sie am Anfang echt cool fand. Aber mittlerweile finde ich sie nicht mehr so toll, deswegen lasse ich die Finger davon. Dann haben wir hier Spaltflügel als Gleiter für 1200 V-Bucks. Kann man sich auch gönnen, wenn man möchte. Ich finde den Gleiter übelst cool. Ist mal was anderes zu den ganz normalen Gleitern. So, wieder auf jeden Fall zu den vorgestellten Gegenständen und zu den täglichen Gegenständen, die wir bereits hatten. Schauen wir uns doch mal jetzt die zwei neuen Skins an. Und zwar haben wir hier im Hintergrund Amadillo, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Finde ich auf jeden Fall mega fresh, Leute. Auch wenn der Skin jetzt nicht so super krass ist. Ich finde es auf jeden Fall mega cool, dass man so eine Möglichkeit geboten bekommt, für 800 V-Bucks so einen coolen Skin zu kaufen. Feiere ich, werde ich mir auf jeden Fall safe zulegen. Und dann haben wir natürlich eine weibliche Variante, die ich übelst geil finde. Also die finde ich viel besser als den Mann. Das ist auch eine weibliche Person, die wir so nicht oft gesehen haben. Das heißt, es ist ein bisschen selterender Charakter. Der halt selten auftaucht. Den gab es das letzte Mal beim Fußball-Event. Und wir haben auf jeden Fall hier auch 800 V-Bucks, was wir hierfür bezahlen müssen. Ich finde die Frau mega geil. Deswegen habe ich mir das Ganze absolut auch gegönnt. Ich zeige euch mal so ein kleines Beispiel, was ich mega cool finde. Was ich mir bereits schon überlegt habe. Was man auf die Charakter hier drauf packen kann. Denn Leute, wie ihr sicherlich wisst, hat man im kostenlosen Battle Pass diesen Rucksack hier freigeschalten. Das kann man halt mega gut dazu packen. Und das sieht meiner Meinung nach immer mega, mega lecker aus. Natürlich kann man das noch mit anderen coolen Sachen kombinieren. Aber ich finde halt einfach, dass das hier mega gut dazu passt. Oder Leute, das drücken Accessoire von Raptor. Finde ich mega, mega geil. Und ihr könnt schon sehen, diese zwei sind auf jeden Fall neu. Finde ich mega geil. Also kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Und falls ihr euch wirklich, Leute, V-Bucks gönnen möchtet. Oder sogar das Starterpack für 5 Euro. Dann kann ich nur euch die Links unten in der Videobeschreibung empfehlen. Dort könnt ihr drauf gehen. Ihr könnt wirklich online dann plästische Karten kaufen, die wirklich vergünstigt sind. Und diese werden euch innerhalb von 2 bis 3 Minuten per E-Mail geliefert. Egal um welche Uhrzeit. Natürlich, sofern sie auch lieferbar sind. Und ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, 5 Euro PSN-Karte auszugeben. Für den Starter-Skin, Leute. Denn ich habe ihn bereits. Und wie gesagt, ich habe schon darüber ein Video gemacht. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen und euch das Ganze anschauen. Ich finde den Charakter übelst nice, Leute. Und hier an der Stelle würde ich dann auch schon sagen, switchen wir mal zum Rettet die Welt Modus. Und schauen wir uns dort mal an, was es dort neu gibt. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir im Rettet die Welt Modus jetzt eine kleine Neuigkeit bekommen haben. Wo sich halt ändern wird. Ich würde mal sagen, wir warten einfach mal, bis das Ganze jetzt zu Ende geladen hat. So, Leute. Ich bin jetzt mega gespannt, ob das direkt jetzt zum Anfang aufpoppt. Und dann können wir uns das direkt anschauen. Denn der Roadtrip-Charakter, wie ihr auch schon bereits hier links sehen könnt. Soll demnächst, und demnächst wäre am Dienstag, also heute. Soll auf jeden Fall heute als Aufgaben-Challenge kommen. Das heißt, wir können uns das Ganze dann safe gönnen. Ich finde den Roadtrip-Skin mega geil. Es soll auf jeden Fall Ninja werden. Könnt ihr auch hier lesen. Dieser Ninja landet mit einem Salzo in der Action und deckt seine Feinde mit explosiven Kunai ein. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Bin ich mal mega gespannt, wie sich das Ganze anfühlt, wenn man damit spielt. Und wie viel das Ganze natürlich kosten wird, wenn man das Ganze natürlich kauft. Hier im Shop haben wir das super Fernkampf-Waffen-Lama. Finde ich jetzt nicht so toll. Finde ich nicht fresh. Deswegen werde ich es mir auch auf jeden Fall nicht gönnen. Kann ich euch auch nicht empfehlen, Leute. Kauft euch das bitte nicht. Es lohnt sich nicht. Dann haben wir im Event-Store wieder, wie immer, eigentlich die gleichen Sachen. Dazu brauche ich, denke ich mal, nicht viel zu sagen. Und im Großen und Ganzen, Leute, soll es das aber auch schon hier zum Video gewesen sein. Wie gesagt, falls ihr günstige V-Bugs braucht, schaut gerne in die Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr auf jeden Fall absolut was, was euch, denke ich mal, interessiert. Und dann würde ich sagen, hier an der Stelle habe ich schon genug gequatscht. Ich würde sagen, haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Frips. Ciao.